Wir mischen einen Song und heute geht's um Automation. Ich verrate dir nicht nur, warum Automation das fehlende Puzzleteil sein kann, was dafür sorgt, dass deine Musik nicht nur gut, sondern auch professionell klingt, sondern ich gebe dir auch fünf Beispiele, was ich in meinem Mix alles automatisiert habe. Und wenn du dich dafür nicht nur interessierst, sondern dich auch davon inspirieren lassen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Block und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video- und Recording-Blog und zum vorerstletzten Teil meiner kleinen Serie Wir mischen einen Song. Vorerstletzter Teil, denn es wird noch eine finale Folge geben. Am Samstag, 1. Mai, setzen wir uns nochmal etwas länger zusammen und da gibt's nochmal den kompletten Gang durch meinen Mix. Das heißt, wir schließen die Serie ab mit einem großen Live-Mix, wo ich dich einlade, mir über die Schulter zu schauen und zuzuschauen, die ich jede einzelne Mix-Entscheidung, jeden einzelnen Fader, jedes einzelne Plug-in erkläre, was ich in meinem Mix gemacht habe. Und wir können gerne auch zusammen darüber diskutieren, ob deine Lösung vielleicht an der Stelle besser gewesen ist. Denn du konntest dir ja die Spuren runterladen, wenn du Basis- oder Premium-Mitglied bist oder aber über den Button Mitglied werden hier unter dem Video mir einen Kaffee jeden Monat ausgibst. Dann hast du dir die Spuren runterladen können und kannst natürlich deinen eigenen Mix damit dann auch machen. Da können wir drüber sprechen. Ich zeige dir meinen Mix auf jeden Fall genauso ausführlich, wie ich das normalerweise nur einmal im Monat für die Premium-Mitglieder im Recording-Blog mache. Wir schauen also wirklich alle Aspekte vom Mix und nehmen uns da wirklich richtig Zeit. Drei, vier Stunden am Tag der Arbeit gucken wir also, dass wir nochmal richtig Arbeit haben mit unserem Mix. Ich erkläre dir alles, was ich gemacht habe und lade dich natürlich dazu ganz herzlich ein, mir dabei zuzuschauen. Und heute geht es, wie gesagt, um die Automation. Automation ist ja, wenn man den Profis glauben darf, dass Salz in der Suppe was eigentlich dafür sorgt, dass der Mix endlich professionell klingt. Also, dass man nicht nur einen statischen Mix hat, sondern einen wirklich spannenden, abwechslungsreichen, dynamischen Mix und das Ganze dann eben mit Hilfe von Automation. Letztendlich muss man sich Automation ja so vorstellen, falls du Angst davor hast oder dich noch nie damit auseinandergesetzt hast und gefragt hast, was das eigentlich damit mit dieser ominösen Automation auf sich hat. Man muss sich das so vorstellen, dass an einer Stelle im Song zum Beispiel irgendjemand die Höhen ein bisschen mehr reindrehen soll oder ein Instrument lauter machen soll. Und weil du ja nicht jedes Mal da sitzt und auf diesen Moment wartest, wenn du den Song abspielst, kann man das automatisieren und dafür sorgen, dass die DAW das quasi selber macht. Und weil man das natürlich nicht nur an einer Stelle machen kann, sondern an 10 oder sogar an 100 Stellen, kann man dafür sorgen, dass man mit verschiedensten Automationen dafür sorgt, dass der Mix wirklich abwechslungsreich wird, dynamisch, interessant, indem man zum Beispiel verschiedene Hall- oder Delay-Fahnen reinfährt, Signale von links nach rechts fahren lässt, lauter, leiser macht und insgesamt die gesamte Dynamik von seinem Song so richtig auf ein neues Level heben kann. Mit anderen Worten, der statische Mix ist natürlich die Basis. Ein guter statischer Mix ist immer die Basis für Automation. Und danach bringen wir Salz und Pfeffer in die Suppe und sorgen dafür, dass es so richtig gut schmeckt. Das ist Automation und ich zeige dir heute, welche fünf Dinge ich gemacht habe. Also ich suche fünf Dinge raus, die ich dir zeige. Ich habe natürlich mehr gemacht, aber ich suche mal fünf Dinge raus, die ich dir zeige und möchte dich einladen, dich davon inspirieren zu lassen und vielleicht auch mit in die Diskussion einzusteigen, was du automatisiert hast bei deinem Mix oder was du standardmäßig automatisierst, damit dein Mix gut wird. Das kannst du gerne unten in die Kommentare reinschreiben, damit wir das auch alle lesen können. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Session rüber, falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte. Dann würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, weißt du schon, dann zweimal auf Daumen nach unten klicken und hier ganz schnell auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rüber in die Session und gucken mal, was ich alles automatisiert habe. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session. Ich habe immer so den Eindruck, dass Automation so ein kleines bisschen der Angstgegner von einigen Leuten ist oder dass man zumindest eine gehörige Portion Respekt vor dem Thema Automation hat. Aber muss man gar nicht haben. Ich habe nur bei der Recherche zu diesem Video festgestellt, dass ich so ein richtiges Video, in dem ich erkläre, wie einfach eigentlich Automation in Studio One zu nutzen ist, dass ich das noch gar nicht gemacht habe. Falls du also Studio One jünger bist und Bock darauf hast, von mir mal zu hören, wie einfach oder zu sehen, wie einfach Automation in Studio One anzuwenden ist, also die Basics quasi zum Thema Automation, dann schreib gerne mal Automation Studio One unten in die Kommentare rein. Und dann nehme ich das als Anlass, mal zu gucken, dass ich dazu ein ausführliches Video mache und mal zeige, wie einfach eigentlich Automation zu nutzen ist in Studio One. Heute möchte ich dich aber inspirieren. Das heißt, wenn du nicht nur Studio One User bist, sondern eine andere DAW hast, dann nimm gerne Inspirationen auch mit, welche Automationen für deinen Mix interessant sein können. Wir starten einfach mal mit dem ersten Punkt. Panorama finde ich immer so eine spannende Geschichte. Speziell wenn man Panorama automatisiert, dann kann man dafür sorgen, dass einzelne Instrumente zum Beispiel während des Mixes ihre Position ändern. Von der Mitte über die Seite nach links oder nach rechts außen. Oder dass man eben auch die Stereo-Breite von einem Stereo-Signal zum Beispiel verändern kann. Da sind ja viele Möglichkeiten. Und speziell wenn man ein Plug-in hat, mit dem man die Stereo-Breite beeinflussen kann, zwischen Mono und volle Breite für ein Stereo-Instrument, dann ist das ein super Tool, mit dem man vor allem Dynamik und Abwechslungsreichtum in seinen Mix reinbringen kann. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe zwei Hauptgitarren, die ich hier im Mix habe. Und die habe ich im Panorama. Wir gucken mal kurz, ob ich die finde hier. Die habe ich im Panorama nach links und rechts außen geschoben. Das sind diese beiden, die ich hier markiert habe. Da siehst du, dass die im Panorama links und rechts außen liegen. Mit anderen Worten, die nutzen das komplette Spektrum aus, die komplette Breite von unserem Mix aus. Und dann habe ich die aber auf einen Bus geroutet. Und der Bus heißt dann Hauptgitarren. Und auf diesem Hauptgitarren-Bus, da ist dann eben dieses Plug-in, das Bienen-Aural-Pan. Also ein Panorama-Tool, mit dem man vor allem die Stereo-Breite beeinflussen kann. Das ist ein Tool, was bei Studio One mitgeliefert ist. Ich bin sicher, dass in deiner DAW auch so ein Tool drin ist. So ein Plug-in, mit dem man die Stereo-Breite beeinflussen kann. Hier kann man sie einstellen zwischen Mono, Breit. Man kann das auch richtig groß aufdrehen. Hier bis auf 200 oder 200 Prozent sogar. Man kann sie auch teilweise zurückdrehen. Und hat dann alle Möglichkeiten, Spielbereiche da auszuwählen für Stereo-Instrumente, die eben zwischen Mono und richtig breit einzustellen. Und genau das habe ich dann auch per Automation gemacht. Und habe dann dafür gesorgt, dass sich die einzelnen Teile in meinem Song unterscheiden. Das heißt also, dass die Stereo-Breite von diesen Gitarren, von diesen breit auseinander im Panorama geschobenen Gitarren, in der Strophe nicht ganz so breit akustisch sind. Mit anderen Worten, ich habe das Panorama zusammengeschoben auf 60 Prozent der gesamten Stereo-Breite. Und du kannst hier an der Kurve sehen, wie ich vorgegangen bin. Wir haben also hier zum Beispiel die volle Stereo-Breite hier in der Mitte mit 100 Prozent. Dann geht es in die erste Strophe rein. Da wird dann runtergefahren auf 60 Prozent. Dann geht es hoch in den ersten Refrain. Da fahre ich noch nicht ganz aus. Ebenso auf knapp 90 Prozent. Dann wieder in die nächste Strophe rein. Da wieder auf knapp 60 Prozent runtergefahren. Dann wieder hoch für die nächste Strophe auf 90 Prozent. Dann nochmal für den Zwischenteil nochmal runter. Um dann letztendlich im letzten Refrain dann hier bei 100 Prozent rauszukommen. Und im letzten Refrain, wo alles knallen muss, wo es richtig groß werden muss. Denn der letzte Refrain verkauft den Song und sorgt dafür, dass die Leute Bock haben, den nochmal zu hören. Da ist dann letztendlich die Stereo-Breite volle Pulle ausgefahren. Und wir können ja mal kurz solo hören, wie sich das auswirkt. Wir nehmen mal eine Stelle, wo die Gitarren erst aus voller Stereo-Breite kommen oder fast voller Stereo-Breite und dann reinlaufen in so eine kleinere Stereo-Breite. Das wäre hier zum Beispiel der Übergang zwischen einem Refrain und der Strophe. Es wird insgesamt kleiner. Und jetzt geht es wieder in den nächsten Refrain rein. Achtung! Und so hält man das Arrangement allein durch so einen kleinen Trick mit der Stereo-Breite schon attraktiv. Ich hätte das Ganze natürlich auch auf den einzelnen Kanälen machen können. Ich hätte jetzt auch hier bei den einzelnen Kanälen zum Beispiel die Panorama-Regler einfach ein bisschen per Automation verschieben können. Dann zurück hier auf 60 und dann wieder zurück zum Refrain, hier wieder auf 100 und so weiter und so fort. Aber dann hätte ich das ja zweimal machen müssen. Ich habe ja zwei Spuren vorliegen. Dann hätte ich das für jeden Kanal einzeln machen müssen. Und so konnte ich die zusammenfassen und die Stereo-Breite über das Plug-in ändern. Es war also eine ganz attraktive Variante, das so zu regeln. Letztendlich Geschmackssache, welche Variante du von beiden wählst. Aber die Inspiration zählt auf jeden Fall mit dem Stereo-Panorama von Instrumenten zu spielen. Und wenn es Stereo-E vorliegt, also nicht zwei einzelne Spuren vorliegen, dann kann man es auf jeden Fall mit dem Plug-in machen, dass die Stereo-Breite verändert. Also auf jeden Fall Stereo-Breite verändern und damit kann man auf jeden Fall einiges erreichen schon mal. Das zweite ist ein sehr spannendes Thema, denn ich finde Riser, also so anschwellende Lautstärkepegel, die so auf den nächsten Gesangs- oder auf den nächsten Songteil hinweisen, die finde ich sehr, sehr spannend. Denn so ein statischer Mix, der läuft ja so in Blöcken eigentlich durch, Refrain, Strophe, Refrain, Zwischenteil, Refrain. Aber irgendwie verändern sich die einzelnen Teile nicht. Aber natürlich ist es gerade dieses Dynamische, was einen richtig guten Mix ausmacht, wo der Zuhörer an die Hand genommen wird und dahin geleitet wird, akustisch dahin geleitet wird. Hey, da geht es jetzt in den nächsten Teil rein und ich nehme dich mit und sag dir auch, dass du richtig Bock darauf hast. Und das geht unter anderem mit so Lautstärkeanschwellungen, mit so einem Neudeutsch heißt es dann Riser, die da gebaut werden, wo einzelne Instrumente oder vielleicht auch das ganze Playback einfach für so ein, zwei Takte ein bisschen lauter wird. Also so anschwellt, um dann im nächsten Refrain oder in dem nächsten Teil dann entsprechend mit einem anderen Pegel weiterzuspielen. Das kann man auf Instrumentenebene machen, zum Beispiel bei den Gitarren. Ich habe das zum Beispiel hier bei der Gitarre gemacht, die in der Mitte spielt. Mal gucken, ob ich die finde hier im kompletten Mix. Da ist sie M. Und da siehst du, wenn wir hier reingehen, siehst du hier, dass ich hier eine Lautstärkeautomation gebaut habe. Und zwar zwischen diesem Teil, wo hier nicht gespielt wird. Und dann nimmt die Gitarre Anlauf. Also du siehst an der Wellenform, dass sie sowieso schon Anlauf nimmt und dynamisch ein bisschen lauter gespielt wird. Und das Ganze unterstütze ich dann nochmal, indem ich die Lautstärke automatisiere. Und hier von welchem Pegel wir denn haben wir hier? Minus 5 hochfahre auf minus 1,9. Das sind ungefähr 3 dB, wo ich dann den Pegel über zwei Takte hin anhebe, um dann im Refrain wieder bei dem Standardpegel rauszukommen, der dann hier wieder bei minus 5 ist und dementsprechend dann die Gitarre einfach da weiterspielen. Wir können uns das auch mal kurz solo anhören, damit du das einmal hörst, was da passiert. Und speziell da, wo die Gitarre weiterspielt, hörst du, dass der Pegel dann schlagartig wieder runterläuft auf den normalen Pegel, mit dem die Gitarre in dem Mix spielen soll. Aber der Riser, der Anlauf, der da genommen wird, um den nächsten Teil einzuleiten, der ist halt hier schön zu hören. Nochmal. Und das kann man natürlich nicht nur auf dem Mini-Level von einzelnen Spuren machen, sondern kann man auch auf einem größeren Level machen, zum Beispiel, wenn man das komplette Playback nehmen würde oder wenn man jetzt einen Bus hätte, wo zum Beispiel alle Gitarren drauflaufen. Ich habe zum Beispiel so einen Bus, wo alle Gitarren drauflaufen. Der heißt dann, gucken wir mal kurz, der heißt Gitte Komplett. Das ist dieser hier. Und auf dem Gitte Komplettbus siehst du zum Beispiel, dass ich hier auch Automation reingebaut habe. Da habe ich jetzt keine reingebaut. Mal kurz gucken, jetzt habe ich zu viel versprochen. Wo haben wir das? Ah, die Hauptgitarren. Da habe ich zum Beispiel so einen Riser auch reingebaut. Und da schalte ich mal die Lautstärke Automation hier sichtbar. Und da siehst du, dass hier die gleichen Stellen sind. Hier wird auch über zwei Takte die Lautstärke angehoben, um dann im Refrain ein bisschen mit einem anderen Pegel weiterzuspielen. So kann man diese Riser bauen und dafür sorgen, dass an einzelnen Stellen einfach auf den nächsten Teil hingewiesen wird. Dann macht man so eine Lautstärke Automation über ein, zwei, drei, vier Takte, je nachdem, was sich am besten und am organischsten anhört. Und achte darauf, dass du es nicht übertreibst. Denn wenn es zu offensichtlich wird, dass da so ein Instrument raussticht oder eine Gruppe raussticht, dann ist es natürlich zu offensichtlich. Das ist dann nicht das Gewollte. Es muss ja schon organisch klingen. Es soll also nur so ganz kurz Anlauf genommen werden. Und der Vorteil ist, dass normalerweise auf der Eins immer eine Bassdrum spielt. Das heißt, wenn du auf der Eins dann die Bassdrum spielen hast und dann die Instrumente wieder auf ihren normalen Pegel runterfallen, dann fällt es nicht so auf, dass da wirklich manchmal auch zwei, drei, vier dB Unterschied sein können. Wir hören uns mal diese Stelle an, damit du auch mal einen Eindruck davon kriegst, wie da Anlauf genommen wird. So ist es richtig. Mit dem kompletten Mix zusammen haben wir hier eine Stelle. Also Riser, eine schöne Geschichte, um wirklich dafür zu sorgen, dass der Mix abwechslungsreich bleibt und organisch in einzelne nächste Teile reingeleitet wird. Man nutzt also nicht nur irgendwelche Übergänge, die man irgendwie mit irgendwelchen Effektsounds machen kann, sondern man kann auch mit Automation, mit Lautstärkeautomation auf einzelnen Kanälen oder auf ganzen Gruppen von Instrumenten dafür sorgen, dass da wirklich so eine Hinleitung stattfindet und das interessant gehalten wird. Spannende Geschichte. Dann Delays. Echos sind natürlich ein tolles Thema, um sie zu automatisieren. Man kann mit dem Feedbackregler zum Beispiel spielen, der dafür sorgt, wie viele Wiederholungen eigentlich hinter einem normalen ausgesprochenen Song oder Songteil, Gitarrenteil, Wort oder sonst was irgendwie wiederholt werden. Oder man kann da auch mit Lautstärkeautomation arbeiten. Und speziell, wenn man einzelne Wörter hervorheben möchte aus dem Mix, dass man also einzelne Wörter betont, indem man da nochmal ein Delay drauflegt, ein Echo drauflegt, kann man dafür sorgen, dass ein Mix wirklich spannend bleibt und man auf der anderen Seite aber auch den Zuhörer dahin leitet, hey, das Wort war jetzt gerade wichtig, deswegen wird das noch ein paar Mal wiederholt. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe das sogar exzessiv genutzt und wir können ja mal kurz gucken, dass ich auch die Spur finde, denn die heißt passenderweise Delay Shots, habe ich die genannt. Und auf dieser Spur habe ich nichts anderes gemacht, kurz aus dem Zoom raus hier, habe ich nichts anderes gemacht, als dafür zu sorgen, dass ich einzelne Worte hier freigeschnitten habe und dann quasi hier aus der Hauptspur rausgenommen habe und runterkopiert habe auf eben jene Spur, auf der dann nicht nur die komplette Vocal-Kette drauf ist, sondern eben auch ein Delay. Und das Delay ist dann auch happig eingestellt, können wir mal gucken, hier ist die Spur mit der kompletten Vocal-Kette, die ich so gemacht habe und am Schluss ist dann dieses Delay und wir gucken uns das Delay mal an. Das ist passend eingestellt, hier mit einer halben Note und dann mit 36,5% Feedback läuft das dann halt durch dieses Analog-Delay, durch diese Band-Delay-Emulation, die wir hier haben und sorgt dafür, dass diese Wörter hier wiederholt werden. Achte drauf, wenn du das mit diesem Trick machst, dass du hier den Dry-Wet-Regler auf 100% stellst, dass auf diesem Kanal also nur das Delay abgespielt wird, nicht die Hauptstimme, sonst wird die nämlich bei diesem einen Wort dann lauter und du fragst dich, warum dieses eine Wort plötzlich so viel lauter ist, du wolltest doch eigentlich nur Delay. Also auf der Delay-Spur dann wirklich nur mit 100% Wet nur das Echo-Signal nehmen. Und damit kann man dann halt hier einzelne Wörter freischneiden, die auf die nächste Spur ziehen und dafür sorgen, dass die dann auch nach vorne geholt werden. Wir können uns die Stelle mal hier kurz anhören, dann hörst du mal, was ich gemeint habe. Also tanzen ist das wichtige Wort, das wird nochmal auf diese Delay-Spur geschoben und wird dadurch nochmal ein bisschen hervorgehoben, dass es hier wiederholt wird. Gleiche Stelle hier vorne auch nochmal. Da ist also diese Wiederholung. Jetzt fragst du dich, ja, der hat die freigeschnitten, was hat denn das mit Automation zu tun? Im Prinzip gar nichts. Was ich aber automatisiert habe, ist, wie laut diese einzelnen Wörter abgespielt werden. Das Delay läuft ja schon eine ganze Menge nach. Wenn ich jetzt also zum Beispiel einen dichten Mix hatte an der Stelle und dieses Delay, was ich da freigeschnitten habe, unterzugehen droht, kann ich natürlich, ich drücke mal auf A, kann ich natürlich per Automation dafür sorgen, dass hier der Pegel zum Beispiel lauter gemacht wird. Ich kann auf der einen Seite könnte ich das Feedback zum Beispiel regeln, wo ich dann dafür sorge, dass mehr Wiederholungen kommen, oder auf der anderen Seite das Delay auch einfach lauter machen. Mit anderen Worten, an dieser Stelle wird dieses einzelne freigeschnittene Wort lauter abgespielt. Vorher ist der Pegel auf minus 11 und danach ist er für dieses Wort auf minus 8 dB. Mit anderen Worten, dieses Wort wird jetzt ein bisschen lauter abgespielt, weil es vielleicht im Mix unterzugehen drohte. Wir können ja mal die Stelle anhören, die wir hier haben. Mal das Solo ausmachen. Wenn die Automation aus wäre, ich mache mal die Automation aus. Ist deutlich lauter, ich wollte aber, dass das Oh, dann auch gehört wird, das Delay davon, also musste ich es an der Stelle lauter machen und habe das mit einer ganz normalen Lautstärke-Automation gemacht und dafür gesorgt, dass dieses Wort jetzt eben nicht im Mix untergeht, obwohl ich ja dieses Delay draufgepackt habe. Und das habe ich an unterschiedlichen Stellen dann nochmal gemacht. Hier ist zum Beispiel auch noch ein Wort hervorgehoben, was ein bisschen lauter ist und danach wird sogar der ganze Kanal nochmal insgesamt lauter angespielt. So kannst du also dafür sorgen, dass kein einzelnes Wort untergeht, kein Delay untergeht und mit Lautstärke-Automation dann diese Delays quasi nach vorne geholt werden. Im Prinzip so eine Hybridlösung. Auf der einen Seite die freigeschnittenen Wörter, die man dann eben ohne eine einzelne Automation schon mal freigeschnitten hat, aber dann per Lautstärke-Automation dafür gesorgt, dass jedes Wort auch mit seinem Delay so laut zu hören ist, wie es dann im Mix sein soll. Da kann man wirklich sehr dediziert und sehr einzeln einsteigen auf kleinstem Level. Wunderbare Geschichte. Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn ein Delay dann irgendwann zurückgeholt wird. Was meint er denn damit jetzt? Ganz einfach, wenn du zum Beispiel ein Delay hast, wo ein Wort wiederholt wird und dieses wird dann so nach drei, vier Takten nochmal nach vorne geholt und das Delay läuft dann wieder rein in den Mix und macht dann quasi auch so eine Art Andeutung, so einen Riser in den nächsten Teil rein, dann kannst du sehen, ich zeige dir mal, was ich meine. Okay, also das war ein bisschen kompliziert. Ich zeige dir mal den Teil, den ich meine. Das ist nämlich auf dieser Spur hier zu sehen. Und du siehst schon, dass hier auch eine ausgewachsene Automation zu finden ist. Auch wieder eine Lautstärke-Automation. Was habe ich hier automatisiert? Hier ist nur ein einzelnes Wort freigeschnitten, das heißt Ferne. Und die Ferne sollte halt in einem Delay, in einem Echo immer wieder wiederholt werden und sollte dann wiederkommen. Das heißt, das Delay ist schon längst nicht mehr zu hören und dann der Song läuft weiter und dann kommt dieses Ferne, dieses Wort kommt dann aber wieder zurück und macht quasi so einen Riser auf den nächsten Teil. Und wir hören uns das hier mal kurz an an dieser Stelle mit der Hauptspur zusammen, das ist diese hier und mit der Delay-Spur. Das klingt dann so. Und morgen liegt in weiter Ferne Das Wort wird also mit seinem Delay wieder zurückgeholt und leitet quasi auf den nächsten Teil hin. Und das hören wir uns am besten auch mal ohne Solo an. Also das ist der komplette Songteil. Und morgen liegt in weiter Ferne Da kam das Ferne wieder und jetzt kann man darüber diskutieren, ob das zu leise ist oder zu laut. Das kann man ja alles einstellen. Aber hier siehst du, dass über so eine simple Lautstärke-Automation dieses Wort dann wieder mit seinem langen Delay, mit seiner langen Wiederholungsphase wieder nach vorne zurückgeholt wird. Und das erreiche ich vor allem dadurch, dass ich bei dem Delay, was ich da genommen habe, dass ich hier wirklich ein sehr langes Feedback eingestellt habe. Also 64% Wiederholungsrate sorgen dafür, dass dieses Wort wirklich fast, also fast, unendlich oft wiederholt wird und dann natürlich einfach über den Lautstärkeregler, der automatisiert wird, wieder zurückgeholt werden kann, weil es läuft ja eh noch ein ganz Stückchen nach. Und wenn ich mal die Automation hier ausmache und du mal hörst, wie laut es eigentlich in Wirklichkeit ist, machen wir mal die Automation an der Stelle aus. Also hier kommt die Wiederholung. Moment, machen wir mal wieder die Hauptstimme und das Delay. Also im Moment klingt es so. Also läuft bis Ultimo, aber an dieser Stelle soll es dann eben so sein, dass hier tatsächlich das Ferne reingefahren wird wieder. Und deswegen mache ich die Automation mal wieder an an der Stelle und dann klingt es eben genauso, wie ich es gesagt habe. Und morgen liegt in weiter Ferne. Und dann ist es weg, weil da sind wir im Solo. Also über Lautstärke, Automation, ein Delay wiederholen. Auch eine spannende Geschichte mit Delay kann man sich sowieso austoben. Mit Hallfahnen, die unterschiedlich lang fahren, mit Delays, die wiederkommen, die man wiederholt oder wo man das Feedback einstellt, dass es erst ganz lang wiederholt wird und ganz kurz. Also man kann wirklich jeden Regler heutzutage automatisieren. Was man aber auch automatisieren kann, ist auf dem Makro-Level, auf dem großen Level. Das heißt, wenn man sich mal so einen Mix anguckt, wenn du dir meinen Mix zum Beispiel anguckst, dann mündet der komplette Mix, die komplette Musik und die kompletten Vocals münden in zwei Bussen. Und die heißen, wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann wirst du es wissen, die heißen Mucke-Komplett und Vox-Komplett. Hier auf dem Mucke-Komplett läuft die komplette Musik, also das komplette Playback zusammen und auf dem Vox-Komplett-Bus läuft die komplette Stimme bearbeitet. Also alles, was mit Stimme zu tun hat, läuft da zusammen. Mit anderen Worten, ich kann per Knopfdruck auf den Vox-Komplett-Bus, wenn ich da den Mute-Schalter zum Beispiel drücke, beim Vox-Komplett, dann habe ich ein Playback, dann läuft die Musik komplett ab und wenn ich hier die Musik ausschalte, dann laufen nur die Vocals ab und ich kann die einzeln hören. Ganz einfach einzustellen und sehr praktisch, wenn man seinen Mix so organisiert, dann hat man direkten Zugriff. Der Vorteil ist aber auch, dass man natürlich den Gesamtpegel von der Musik oder von den Vocals auch auf ganz großem Level beeinflussen kann. Und wenn man mal so einen Mix durchguckt, dann soll man ja den Zuhörer dahin führen, dass der Refrain, der letzte Refrain, am lautesten, am größten und am geilsten klingt. Weil letztendlich soll ja da eingeleitet werden, dass der Zuhörer Bock hat, den Song direkt nochmal zu hören, weil er den so großartig fand. Und da gehören natürlich auch psychoakustische Tricks dazu, die auch dafür sorgen, dass der Zuhörer genau diesen Eindruck hat. Und dazu gehört eben auch, dass der letzte Refrain am lautesten abgespielt wird. Da ist am meisten los, da spielen am meisten Instrumente, der Sänger flippt komplett aus. Aber es ist eben auch der lauteste Refrain und der soll dir Lust auf das nächste Wiederhören machen. Also kann man auch auf dem großen Level hier meinen Mucke-Komplettbus zum Beispiel mal angucken und mal gucken, was ich hier automatisiert habe. Und wenn wir hier mal drauf gucken, siehst du, dass hier auf dem Bus auch einige Automationen sind. Das sind auch Lautstärke-Automationen. Ich starte hier zum Beispiel ganz am Anfang die Musik zunächst einmal bei minus 3 dB, wie du hier sehen kannst. Das sind also das Intro und die erste Strophe, die auf minus 3 abgespielt werden. Danach wird zum ersten Refrain die Musik ein kleines bisschen lauter gemacht. Dann hebe ich sie um 1 dB an. Danach fahre ich sie dann ein kleines bisschen wieder runter. Hier zur zweiten Strophe dann wieder auf minus 3, also 1 dB wieder leiser. Um sie dann wieder ein bisschen anzuheben hier, wird ein dB angehoben. Und dann im letzten Refrain quasi hier am Schluss nochmal ein halbes dB draufzulegen, um dann da auf meinem finalen Pegel rauszukommen, wie laut die Musik dann tatsächlich sein soll. Das heißt, auf großem Level tatsächlich nochmal so Einfluss genommen und dann so im Bereich von 2, maximal 3 dB kann man sich da durchaus bewegen, zwischen der leisesten Strophe oder dem leisesten Zwischenteil und dem letzten Refrain, wo man dann dafür sorgen kann, dass die wichtigen Teile immer ein kleines bisschen lauter abgespielt werden. Und das geht hier auf dem Niveau zum Beispiel von einem Musikbus, wo du die komplette Musik beeinflussen kannst. Das geht natürlich auch bei den Vocals. Hier habe ich zum Beispiel dafür gesorgt, bei den Vocals, dass die Spur da drunter, mal kurz gucken, dass ich die Stelle hier auch finde, genau hier, dass hier zum Beispiel die Vocals zum letzten Refrain hin nochmal, das ist besser, wenn ich den Zoom reinmache, genau so, dass die Vocals zum letzten Refrain hin nochmal ungefähr ein halbes dB lauter gemacht werden. Mit anderen Worten, die haben sich nicht so gut durchgesetzt im letzten Refrain. Es war ja viel los, ich habe die Musik auf maximale Lautstärke geregelt über die Automation. Es war viel los, alle Instrumente haben gleichzeitig gespielt, plus noch alles, was dazu kam, Effekte und so weiter. Das heißt, dafür zu sorgen, dass da die Vocals auch durchsetzungskräftig bleiben und on top, also über der Musik bleiben, war hier einfach angebracht, die per Automation auch nochmal ein halbes dB lauter zu machen. Hätte auch ein ganzes dB sein können, aber so habe ich dazu Einfluss, dass ich eben nicht selber am Regler sitzen muss und die Lautstärke nochmal nachregeln muss, wenn die Vocals zu leise werden an der Stelle, weil vorher hat ja alles gepasst. An der Stelle passt es nicht mehr, also per Automation, Lautstärke, Automation einfach dafür sorgen, dass die Vocals nochmal nachgeregelt werden und dann entsprechend angepasst werden. Also dynamischer Grobverlauf über den kompletten Song darüber beeinflussen, dass man per Lautstärke, Automation auch auf großem Level eingreifen kann. Und das kann man natürlich auch auf kleinem Level. Ich habe das zum Beispiel beim Bass auch gemacht. Ich wollte, dass der Bass zum Beispiel in den Strophen hier ein kleines bisschen leiser abgespielt wird. Deswegen habe ich hier ein dB einfach mal rausgenommen von den normalen Teilen, hier von dem Refrain-Teil, der mit minus vier dB abgespielt wird und dann hier in der Strophe minus fünf, also ein dB bei den Strophen jeweils rausgenommen. Dadurch klingen die ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger bassig, ein bisschen weniger wichtig, aber machen halt Bock auf den nächsten Refrain. Du siehst also, mit Lautstärke-Automation kann man eine Menge erreichen und dafür sorgen, dass der Mix wirklich interessant bleibt. Man muss aber aufpassen, dass man natürlich nicht zu kleinteilig wird. Das waren meine fünf Inspirationen für dich. Das, was du machen kannst, auf der einen Seite zum Beispiel die Stereo-Beite beeinflussen, dann die Lautstärke-Riser zu bauen, um auf den nächsten Songteil hinzuweisen, dann Delay-Shots zu nutzen und die unterschiedlich prominent im Mix zu platzieren, dann das wiederkehrende Delay, also das Echo, was dann wiedergeholt wird und eben die große, die Makro-Beeinflussung des Gesamtpegels von der Musik, von den Vocals oder von allem zusammen, sogar auf dem Masterbus kann man auch automatisieren, da wirklich Einfluss darauf zu nehmen, dass der Mix im letzten Refrain am lautesten abgespielt wird, am besten und in den weniger wichtigen Teilen vielleicht ein kleines bisschen leiser, nur subtil leiser, aber so, dass die Psychoakustik dem Zuhörer sagt, hier ist noch nicht ganz so wichtig, aber im Refrain, da war es richtig klasse. Welche Automation nutzt aber du? Schreib es doch gerne unten in die Kommentare und ich lasse mich auch gerne von dir inspirieren, damit ich vielleicht demnächst auch andere Sachen noch automatisieren kann. Wir können uns von dir auch inspirieren lassen. Ich hoffe, du wurdest heute auch ein kleines bisschen eingeladen, dich noch ein bisschen mehr mit Automation auseinanderzusetzen. Vergiss nicht, das große Event am 1.5., wo wir uns dann zum großen Mix nochmal treffen und hier in jede Spur reingucken und nochmal alles durchgehen und uns auch den finalen Mix anhören. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall vom Guten das Beste. Mach's gut und Yassu!